hallo leute herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde let's play secret of mana 2 der deutsche übersetzung von den schüttchen und ich knalle gerade achtung auf was gleich publischen jetzt was geht ihr handy klingelt mr killbill ich heiße sie herzlich willkommen weg hier und er findet das richtig geil hallo und wenn wir mal kurz warten dass der dicke man da nach unten läuft er hat übelst den dicken mega bauchnabel übrigens zumal wegpacken wir haben zu viel da sind lebenswasser drin wo ist ein lebenswasser drin in der kiste welche kiste hier oben in der kiste welche kiste ist keine kiste ja weil du halluzinationen hast vielleicht vielleicht ist es ein geruchssinn hier oben ist die kiste man seit blieben oder was hier oben ist eine kiste genau jetzt hier wo ich stehe er drückt doch mal auf die kiste ja natürlich drauf lebenswasser erhalten und dann steht zu viele gegenstände bitte verstauen zuerst etwas bitte verstanden ich habe nämlich keine kiste ich auch nicht wir hatten hier keine kiste jetzt weg geht aber nicht zu viel öl trinken nein ich will das leben nein das ging so nicht doch du mal ich habe hier kein lebenswasser ja du nicht aber ich habe jetzt war so du mal das verstauen kriegst das nicht doch du mal 1 2 1 10 macht es jetzt ich will sehen ob das geht oder ob es vielleicht auf dem back ist so warte wir gehen noch mal hin und dann gucken ob sitzt ob jetzt die kiste noch da ist ja die ist doch da hier oben ist ja ich bin noch dabei also ich bin in der stadt ja ich gehe jetzt mal die türe oben rein ja okay wieso kippel du bist du bist hier sind genau hier ist das lebenswasser zu viele gegenstände ja fragt mal wieso sind jetzt hier wo bist du jetzt ich bin draußen mit euch okay gehen wir nach rechts jetzt kann man weiter gehen wir in den innen rein da stehe ich jetzt bei dir neben dem in ne du stehst neben dem raum mit der kiste da so ist es wir sehen uns dann gleich wieder wenn wieder gesündigt sind ja hab doch mal was du was mitgekriegt das kannst du mir da in der aufnahme machen das ist nicht so schön okay das ist eine strange geschichte so wie sind wir da leuten und jetzt geht weiter jetzt wo muss ich verdammter scheiß kiste so jetzt da ist die kiste weiter hat er warte 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 lebenswasser verstauen so gut so ja so ist verhalten es hat funktioniert und jetzt das lebenswasser wieder rausholen riecht schon noch lecker pizza waren sind wahnsinn wahnsinn und das lebenswasser raus wir haben es doch schon ja haben wir nur eins dabei ich glaube jetzt ist mary desing nein wieso mary was siehst du jetzt hier ich sehe gerade die teufelskralle ich meinte nur du hast ja das ganze lebenswasser verstaut und dann hast du eins geholt ja und dann haben wir noch eins dabei ach so ich dachte schon mal der pika hat schon geschwitzt alter das in dem ich sitze schon fast nackig vom 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 rechner habe ich gerade eine reihe ja auch wohl obwohl auf dem bauchnabel habe ich das wäre es eine bohle strecken unsere kollege gibt es mit gnadengeber weil hier jetzt immer wieder in der letzten folge lebenswasser lebenswasser wo sie sind da unten klick haben wir jetzt neun ja ok sind synkelt auf zur bucht so buch so jetzt bin ich mal gespannt wie das dann aussieht auf der cover ja ja das ist mir auch gerade eingefallen der pika wieder voll gefährlich alle gepennt hier hat gepickt gepickt eben flöte 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 da jetzt darfst du jetzt darfst du ja genau da kann es da hat ich bin eine dicke schildkröte alter witz damit kommt hallo kuckuck bitte bitte beobachten jetzt ja wir beobachten die karte beobachten ganz genau die große karte ist dort und jetzt ist die frau die wüste wort und jetzt wo war das dorf angeblich vorbeigeben westlich warte mal da ist es wo wo ist das andere dorf das sieht man von dir nicht ist auf jeden fall es war kein anderes dorf da war das dorf oder nee ach quatsch glaubt wir haben noch die ganze wüste durchquert da ist das dorf ist es jetzt gerade und wo ist dann die wille war das ding war da guck ich da jetzt mit ich von uns ja dann geht es ist nur ein stein ist nur schnell das war noch eine dorf ist viel größer da hinten ist es die oase ich wollte jetzt darauf zeigen was ist so ähnlich so jetzt gehen wir weiter rum zeigt mal wo die hülle da waren wir doch auch schon nein guck da ist das dorf und da wo so ein paar kleine mini steinchen sind da ist die höhle da soll die hülle sein 100 pro das passt schon aber dann ist doch nicht östlich die höhle hoch dann ist ja auch wenn da sie westlich die war doch auch westlich haben sie gesagt tschuldigung also scheiße mann was auch und schreiben soll man jetzt östlich oder westlich oder südöstlich wird einfach so lassen weil ich denke ich das nicht falsch übersetzen ja ich werde trotzdem südöstlich schreiben weil das das prägt sich selber durcheinander ja südöstlich können wir schon schreiben es jetzt nicht unbedingt die krasse modifikation sag ich mal komm schuld kröte hier andocken weil wenn die östlich hingeschrieben worden ist dann können wir auch südöstlich schreiben weil es trifft einfach mehr auf der karte oder ich meine man verändert jetzt ein ultra krasse oder gibt den von südöstlich wurde vom game her selber passen ja finde ich nämlich auch also südöstlich können wir schon schreiben meri oder so wo flutschen wir als nächstes hin ist ein schluss sucht was raus wo du darfst du heute doch heute mal raussuchen würde hinflutschen lecker schlackwurst die schlackwurst die schlackwurst die schlackwurst hat muss nix schlackwurst eine fest ich meine dass das schlackwurst dein jargon ist ein schlackwurst bei mir ist es ja hartwurst so ist der trick ach guck mal hier kann man andocken hier kann man anlegen ja anhalten so leute wir sind endlich wieder an land wo auch immer pflanzen blockieren den weg ich finde der ist hier unheimlich lasst uns woanders hingehen was sind das für eine blöde pfee hier ist voll blöd komm wir geben woanders möchte jemand anders mal flöte spielen bei meri sieht das bestimmt toll aus ja die kann das die frauen können das definitiv hey guck mal meri wie gut du das kannst jetzt kommt doch krieg seine fingerfertigkeit ich kann das mit links und mit rechts ja da kann es eben ja einmal gelernt so flöte spielen ist ja wie fahrradfahren ja das hat er hart im knast gelernt während er die seife gebügt nach der seife gespielt das flöte spielen ja ja flöte spielen fingerfertigkeit mit der flöte so wollen wir gucken wo wir hier irgendwo anlegen können aber die musik ist ja cool hey hab ich das gut gesehen oder was komm ihr könnt stolz auf mich sein ein weg erscheint aus welchem grund ist das jetzt bitte weggegangen weil wir wahrscheinlich die richtige reihenfolge befolgt haben mintos stadt des mondes ja mentos die stadt des mondes ich habe einen carport gefunden schnell weg hier ein hund ich bin doch der grunde willkommen in mintos der stadt des mondes hier ist immer nacht denken die die bieten die abgesehen werden kommen raus und licht morgen licht hat er die stadt als rechtes rechts rechts joli und machen oder die kasse tastenkombi in besitz im abgesehen von uns ausgegebener promessen neues davon haben wir schon so viele so alles möglich wir sind so über equipment wir sind so eingehört ja so eingehört wir glänzen oder sonne ist das jetzt mann oder frau das ist okay okay westlich vom monscheinwald findest du das biestkönigreich ist meine heimatstadt die biestsoldaten karten vor nicht allzu langer zeit zurück ihre invasion abwendet misslang missglückte aber misslang ist das passt vielleicht vom text nicht das passt vom text halt schön rein na gut kann man gelten lassen meist von text halt holen hier gibt ein gutes beispiel ab menschen und bist männer reisen zusammen arbeiten zusammen ich bin verwirrt vielleicht können wir alle eines tages in frieden zusammenleben sowie die menschen und die pokémon sie teilen sich eben alles aufs bett und das pappelöl und das pappelöl mit dem knadengeber mit dem knadengeber geben sie sich so ich habe angst vor dem biest man ja wir sind pazifisten wir wollen in keine kriege verwickelt werden also sieht er aus als die soldaten aus althena hier durchmarschierten haben sie uns keinerlei ärger bereitet warum in aller welt kamen die soldaten aus althena hierher wollen sie einen krieg mit dem biestkönigreich anzetteln wuff wuff was mich irritiert ist aber warum reden die deutsche der kevin hat so ein scheiß fucking sprachfehler weil er verwandeln das finde ich jetzt schikane oder so weißt du mobbing das ist mobbing eindeutig mopsing das geht doch nicht oder das ist unglaublich kommt gehe weg hier und schnüffel an der blume hier ist ja dass ich super gelohnt ja ja ein wasserrad das dreht sich sogar wahnsinn die 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 animationen ist schon ultra kreis oder dann da kann da es nicht ist immer noch den junger kerl man westlich links rechts links rechts und willst du nur noch bleiben hier und die euro check check safe safe check check the safe man trick an knopf alter kubbel You must push the button. Nicht push the button. Push, push. Harzingers Tag. Unglaublich. Warum? Habe ich das schon mal erzählt, dass ich bei Harzinger immer an diesen Käse denken muss? Was stand da jetzt? Wüste stand? Was stand da? Das stand richtig. Ich habe es gelesen. Okay. Wüste stand des Mondes. Der Mondscheinwelt gehört den Biestmännern. Gib acht, sie sind nicht besonders gut, auf Menschen zu sprechen. Außer die zwei Pazifisten da oben, die sind voll langweilig. Alles Blut vergießen bringt doch nichts. Warum können wir alle nicht in Frieden zusammenleben? Das, mein Freund, ist die korrekte Frage. Und deswegen rüsten wir uns jetzt erstmal aus. Haha. Hui, 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 kaufen. Beschützer. Wappen da. Haben doch alles schon den Scheiß. Oh. Ihr seid voll langweilig. Verkauft lieber das Mannerschwert. Hihi. Willkram, möchtest du etwas kaufen? Wie zum Beispiel? Oh, ist das neu? Neu, 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 neu. Ein Katar. Ein Katar. Eine Silberlanze. Besonders gut gegen Vampire. Für mich. Das bringt voll zehn Punkte. Voll mega. Und ein Silberdorn. Warum ist dann bei mir hier bitte kein Silberspieß oder so ein Scheiß? Oder Silberdegen von mir aus? Silberdorn klingt auch gut. Auf wieder auf sehen. Äh, Ausrüsten war auf dem Knopf, ja. Ist doch schön, wenn er nochmal nichts erzählt. Ja, aber ich wundere mich, also wenn er nicht erzählt, dann... Dann ist er krank. Ist er nicht da? Was? Ich bin gerade eingeschlafen. ich wundere mich dass er wegen silberdorn nichts gesagt was silber lanse silberdorn noch da ja das ist so eine kralle und müsste er eigentlich jetzt sehen oben silberdorn ja es liegt schon wegen schulen also es kommen ja ihr habt ja beide silber items und ich habe hier so ein karton nicht mehr irgendwie irgendwie in silberstecher oder so ein scheiß wäre cool ja das würde mehr zu dir passen das eigentlich wirklich jetzt muss das silberpropostecher total aus dem jahr ist es nicht egal silberstecher klingel wegen scheiße verließ uns um gegen das den biestkönig zu kämpfen männer und kriege er wird nie wiederkommen er ist tot er ist tot so nach westen haben wir gesagt immer nach westen wo das ist aber nett dass sie mir sowas geben wollte so war das jetzt hier los du musst du mal wechseln hier mit select silberdorn gehen tief im wald im turm der monddeuter befindet sich ein mann das ist wichtig tief im wald die auswirkungen des mann steins halten den wald in ständiger dunkelheit das hört sich nach nocturn an ja es ist auch das sounds like schild monscheinwald monschein sieg und fliege ja er wird und sieg wo es so voll die biestmänner los kippe du musst auch da ist ja auch welche helle kleidung anziehen damit ich die nicht ausversehen aber die hauen ja voll rein hat auch schwede für die krassen bis zum glück sind wir ja in der nacht weil dann sind die besonders so sie ist ja immer noch dann kann der typ ja im inneren eigentlich gar nicht fragen willst du über nacht bleiben weil es ist ja immer nach so ich muss mich jetzt erst mal orientiert ja okay nimm dir ruhig bedienen sie sich kippel könntest du endlich mal kämpfen man welcher ist jetzt hier von euch kill will welcher nicht das sind keine ahnung wer ich bin schade jetzt hast du nur den knallengeber ja ich mache jetzt kann ich es nicht mal hätte bestimmt viel genutzt hier jetzt kann ich es nicht mehr damit aufziehen unglaublich sind wir jetzt hier so viel zu schwach oder was ja ja eigentlich schon kippel du bist gar nicht mehr im spiel ja doch ich kann dein charakter wechseln das denkst du nein ohne scheiß jetzt wir sind wieder asynchron gehen wir wieder raus ja wahrscheinlich draußen war es ja ich glaube weil du deine pizze geholt hast ja du hast nichts gemacht doch habe ich doch aber das jetzt mit einem pixie kohlen will keine ahnung warum das jetzt so ist aber dass ich mal irgendwie behoben bekommen ja wir haben kann die 15 minuten erreicht so ein bisschen ja leute sehen wir das in den nächsten paar wieder wenn es wieder heißt let's play hier auf mal zwei der deutschen übersetzungen von den g-trends jo und ja macht's gut bis dahin und tschau tschüss 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 Vielen Dank.